Hallo und herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Heute der sechste Part und wieder mit you und heute haben wir noch einen Special Guest, weil wir immer so am Abkacken sind, zineinander. Der ist Level 30 und Gold, wie viel? Irgendwas? Irgendwas. Ja, vor allem wir schauen, dass wir die Runde mal ausnahmsweise gewinnen. Vielleicht. Aber es geht nicht ums Gewinn, es geht ums Spaß. Ja, ganz sicher. Ja, wir haben Spaß. Ja, ich will das nicht mehr spielen. Ja, um das geht es wirklich. Man kann verlieren, aber hoffentlich sollte man halt gewinnen, sonst macht es keinen Spaß mehr. Ja, ich muss sagen, bei LoL, das ist ein Spiel, das ist ganz ehrlich, mir ist das wurscht, wenn ich in Battlefield draufgehe oder sonst gehe, aber wenn ich bei LoL verliere, dann bin ich einfach viel mehr so so, 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 so. Ja, weil es immer schlimmer wird halt, ne? Ja, weil... Wenn du in Battlefield den abschießt, schießt du sie ab und kriegt nix dafür, der hat wirklich was halt. For. Und du kriegst halt Items, Level, alles und du machst nochmal, bam. Ja, stimmt schon. Wenn ich keiner shoot, das finde ich sowieso beschissen. Es tut mir leid, ich kann schon das nicht, mich interessieren, shoot das nicht. Jetzt werde ich sich ja voll gehate. Oh, das geht los. Ich spiele heute Catelyn, Julian wie immer, Miss Fortune. Ja, Standard. Was soll ich nehmen? An der andere, was sagst du, was soll ich nehmen? Ich würd, ähm, als erstes würd ich Crit bauen auf ihr. Phantomdance und klingelt an Endlichkeit. Äh, Phantomdance? Oh, fuck, hab ich mein Dings vergessen? Ich kenn mich bei den deutschen Namen überhaupt nicht aus. Ja. Ach so, hast du Englisch? Ja, toll. Ah ja, fuck, warte, jetzt hast du mir so nicht mehr Phantomdance. Fuck, wer heißt denn das jetzt? Ja, du bist jetzt Solo- Hey, Philipp, mal tauschen. Was? Warum bin ich Solo-Bot auf einmal? Nein, das hat keiner gesagt, ich bin Bot, hm? Ja, passt, dann kann ich Solo-Bot. Ja, stimmt, zur Notfall gehst du runter. Ja, sicher. Ah, da, da. Also, Lulo? Ich werde das schon schaffen und wenn nicht, dann nicht. Oh, fuck, bitch, no way, bitch. Oh, komm nur her, du dreistig Hund. Ich schau mal zu euch drauf, aber bei mir passiert nichts. Ja, ich glaube, ich habe Ray. Ja, vor. Ray K. Ja, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie das auf der Länge geht. Riven ist oben, okay, in den einmal nicht gegen den Riven. Irgendwie ist bei mir noch keiner, die machen wahrscheinlich, äh, Bluboff. Nur mir ist auch keiner. Ah, da ist sie. Ah, ne, Morgana, die mache ich ja gar nicht. Ja, Morgana, ich weiß nicht. Wenn man sie wirklich, 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 wirklich spielen kann, dann. Die tut immer so Stunnen und so einen Scheiß, das pisst einfach an, da. Und dann hat nicht der Typ im fliegenden Kackteil, der, der pisst auch an. Weil das so viel Schaden macht. Ich liebe, ich liebe meine Ehe zum Farmen einfach, ich weiß nicht. Die Ehe ist zum Farmen einfach so nice. Na gut, am Anfang ist sie ein bisschen lame, aber nachher dann ist es ganz gut, ja. Ich muss sagen, ich weiß nicht, aber die meisten sagen immer, ja, die Ehe soll man nicht zum Farmen nehmen, nein, nein, das ist alles nur auf Damage aufgebaut und damit muss man wen fertig machen. Und keine Ahnung, ich finde die Ehe, ich finde, wenn die Ehe auch eigentlich nur zum Loan und... Die kommen mal heimlich Botlin runter. Voll. Okay. Oh, Katelyn ist auch so nice, der darf da eh so einen Escape, der ist vorher praktisch. Und sonst baut sie auf Fallen und sowas und hat die größte Weichreiter. Ich habe heute zwei Stunden, werde ich ein besserer AD Carry Video reinzogen, nur fürs Display. Da gibt es ja einen deutschen Display, der macht so Videos dazu, wie werde ich besser Supporter und wie werde ich besser AD Carry. Und der redet gar nicht mal so geschissene Sachen. Oh, na, 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 nicht ein First Blood. Super, Julia. Das ist nicht so richtig, ne? Scheiß Flash. Ja, wenigstens. Ah, der Text hat nicht... ...weil war ein Schluss. Oh, fuck, da bin ich für den Glück drin. Oh, shit. So, Juli, das war ein schlechtes Zeichen einmal. Sorry, dass jetzt ein First Blood wegen mir haben. Ich habe es gefallen, dass ich mal eh einig kaut und plötzlich hat sie Fleisch eingesetzt, der hat mit gerechnet, es ist wie über Fleisch. Wie dreist bist du, Lulu, geweckt, eh? Die Lulu hat schon fleischt. Die ist hektisch, eh? Ich glaube, bei mir ist gerade relativ fad. Nur rumhüpfen und farmen einfach. Ich weiß, wie das so lustig, wenn die sich nicht nach vorne trauen am Anfang. Naja, dafür sind wir schon etwas näher am Tower dran, als die. Die haben den nicht mal gesehen, unseren Tower. Die wissen nicht mehr, was es ist. Oder wie man es schreibt. Genau. Wir haben keine Deutschkenntnisse, gell? Na ja, und falls ihr euch fragt, warum ich etwas ruhiger bin, ich bin leicht fertig. Letzte Nacht, also. Ja, ich bin vor den letzten drei Nächten recht fertig. Ja, oder mehrere Nächte, wie man es nimmt. Ah, jetzt komm, nein, jetzt. Oh, scheiße. Mit 70 life kommt sie weg, die Bitch. Und sie kann noch einmal zurück, sie ist mutig. Sie will einen Kill haben. Ja, sicher, den Jax hat sie, aber auch, wenn sie will. Also Jax, na? Uh, uh. Bombe. Oh, Entschuldigung. Bombe, Bombe. Na, da geh ich mich entschuldigen. Da geh ich mich entschuldigen. Ma, zweitens. Ma. Boah. Boah, bei euch ist so spannend, dem ihr passiert einfach gar nichts. Stürb einfach. Bitte stürb einfach, ne? Das ist so schlimm, der Justin scheißt mich jedes Mal, wenn ich mit dem Spiel so zusammenwalt. Ich bin ich in Dauer den Schuldiger, weil ich gekillt, Flada. Ah ja, wenn ich meine E einhau. Das wird dann ein Spaß, Leute. Wenn der Didi zurück ist. Oh ja, aber das ist leider erst der Mai so. Aber der nimmt Fix mit auf, oder? Ja, sieh, der nimmt auf. Ja, weil das du dann wirklich, das ist wirklich chillig. Da müssen wir mal mit dem Didi und mit dem Justin spielen. Das geht dann ab, Leute. Das geht ab. Ja. Jetzt stehen wir zwar da, wie die größten von Idioten, aber egal. Vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Oh. Er hat mir so das Life gerade gerätet. Bist du gefeffert. So, Bitch, jetzt bist du gleich tot. Ach, fuck. Doch nicht. Nein, nein, nein. Boah, ich hasse Chang'e, so sehr wichtig. Nie, der mit den Chang'e an. Ja, dann holzt du Urwald. Meizkomm, die Füße ist, es ruht der BD-Geramen. Wenn jetzt mal Loll-Klein, Jeter, das kreit. Mein Loll-Klein. Oh, ja, okay. Da bin ich mal kurz alleine hier. Ja, das nenne ich mal Epic Fail. Hoffentlich rufen die noch an. Und weh, ich muss jetzt rausgehen aus Loll. Oh, shit, da kommt einer. Shit, 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 shit. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ich weiß nicht, werde ich back schon? Na, ich sollte einen Dauer-Defen, solange der Typ weg ist Ja, und du in dem Scheiß-Typ-Ding Du bist gleich das Tor, das So, ich frage mich jetzt echt, wo du siehst weil das nämlich jetzt auch schon Epic Fail gerade So, ich habe keine Mana mehr keine Mana mehr Ja, schöner Versuch, du Schwampe Ja, ich schaff das ich schon alleine Der Loob hat mich gerade angerufen Ah, sehr, es geht's wieder Der Noob hat mich gerade angerufen Dann ist mein LOL klein geworden Dann habe ich es noch mal klein machen müssen, weil ich Scheiß noch mal Dings braucht habe Weil ich nicht mehr in der Konfit drin war Boah, das pisst mich an Ja, da war es beide kurz mal weg, aber egal Bist du wieder da? Also Ich bin immer da Mich jetzt rausbrackt und ihr seid seine Freunde, ich glaube, ich kann sie auch nicht skypen Wow So, es schaut so aus, als würden wir den Tower-Defenzen gleich erwischen Am nächsten wieder nicht, ne? Habe ich irgendwas verpasst? Was gröberes? Oh, nö Die anderen füllen nur 20-0, nein, keine Ahnung Oh, fuck, der Tower-Defenzen steht, warum sieht mich an, das Schwein Ja, ich hoffe es Ich muss jetzt eh mal weg Du stehst überall stehen der Saal, dann gehst du da hin zum Tower und bam, fertig Ja, du brauchst nur einen Millimeter daneben stehen und schon, gehen wir auf die los Ich warte kurz wie erst Jungle bei Ihnen Ich dachte, Momo ist Jungle Und ich bin so ein Idiot, ich habe gerade, statt B habe ich D gedrückt Das ist mein Healweg, na toll Die Rains ist zu langsam für mich, wie lustig Wie geht denn das? Sie ist mir gerade nachgelaufen, na gut, wenn ich keinen Schaden einkassieren und nur Schaden austeilen Dann habe ich, ich habe jetzt schon 515 Lauftempos, also normales Geschwindigkeit Ich bin um einiges schneller als hier einfach Okay, jetzt nicht mehr Jetzt werde ich auch drauf gehen Nein, werde ich nicht Haha Fail Nein, jetzt reicht es mir jetzt gehen auch noch Nein, 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 nein So, was ADC oder nicht zu Yolo? Ich hasse es Das ist der Vorteil in einem Tank er darf also wollen wir nicht zu johol und sie gegen sieben auch in der zu tun und ob ich diesen typen ist ein scheißboot da hast du den fliegenden das soll nicht so so wie man auch jetzt sind ich finde ich meine hatte ist dass der piste voll an der typ na doch wenn der anrichtung stellt sich zum tauchen so ich habe mir auch nicht hin zum tauchen wie man ist ich habe meine rote jetzt gibt es halt schon jetzt hier aber hier passt auf die wir noch dies jetzt schon die gegnerisch war nicht das ist mit der die aufwahl zu schlechter unterwegs und das war nicht damit zuerst mal zwischen drei kills jetzt auch so war es zu zweit und ein auf einmal so viele leute auch bescheuert um 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 wir haben da war aber die leute und normalen sie wird wegschauen und sind sieben die schmerz was die urte ich von einem rücker werden und war aber es hat jetzt einmal erklärt gerade auch so scheiße ich hatte leckung soll der karte wo ich lehne einen Ort war Marz hat sich so ein Scheiß-Legter sein ich soll nicht Borkenzlüsseler der Vorlaufs und dann zurückdrückt aber wie nicht Vorken Vortrag ja da dauert es gleich im Arsch da das ist nicht so gut die Basel-Ludrauf so die Lodrauf verlangsame glaube ich oder wenn ich meine ist sie ist die ist die Lodra gut kommt auf an wie man sie spielt glaube ich ich meinte die Spielerinnen zeigt mich kann den Tauern nicht verlieren ich hab jetzt vor allem warten müssen bis ich Bett vor Ort durch Traum nicht ganz aneinander wie ist die Lolo in der Mitte die ist Gold so steht es auch scheiße der oberer Tauern mal kommt Jacks dafür haben wir den unteren das ist ein gerechter Tausch glaub ich jetzt bin ich gespannt was sie macht so ich weiß nicht ob ich da rauslaufen sollte aber scheiß drauf shit happens komm Flash oi da was macht die für Damage ja ich hab mein Ulti einigwix ich hab mein E einigwix ich hab mein Q einigwix und die W drinnen gehabt und dieses Level 9 wir haben glaube ich ein Problem auf Topline ja das kann sein oder solange es nur die Topline ist ja Bas ich muss komplett defensiv spielen ma ich hasse es defensiv zu spielen aber wurscht mache ich alles für die Läden die Liga war eine Art und okay ich verteidige meine Tauern da und Jule ist bei dir die Lage ja ich habe den Tower verloren ehrlich gesagt es tut mir sehr leid aber ich habe nicht damit gerechnet dass es mich jetzt so in meiner Ulti sie ist beim Tower gestanden und den Tower anbasiert und ob man eine Ulti einkriegt und meine E und ist nicht drauf gegangen das war echt traurig gerade na ja gut aber Miss Fortune ist auch eher im Late Game stärker glaube ich vor Ort Fakten nach die ist es ist nicht der ersten Tag wir haben auch schon ein der Vorfahrt das letzte sein ich mag auch formen Miss egal ob dazu kommt wie viele Kills aus der Norde und ein der für uns genau so um ja ich bin ich auch mal mit der kurzfristwert ist wir müssen mitte auch schon so mehr vor Organer Pisten hier haben so Pro Ammo kommt schickt die Marein 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 ich bin tot irgendwie und verbiss sich um auf einmal ok der will hat kein Freakil ist mir egal was geht denn da für eine Party ab ja wir gehen viel aufräumen oder ja wohl ja den Ammo-Makrom der das bisschen Damage hätte jetzt aber echt da sein können oder na e schau die Lulu an, schau die Lulu an, warte, warte, warte nein ich geh nicht zu dir hin Scheiße ja das war gerade die Scheiße schau dir das an wie es den Tank weg macht ok das war gerade ein Epic Fail von mir boah ich bin so dämlich dat-dat-tower hat mich noch nicht ach fuck komm Leute zusammenreißen wir gewinnen das wir müssen echt auf die Riven schauen es ist echt unangenehm es ist verdammt unangenehm ich glaub heute ich kann die gleiche wie sie Fick dich, kriegst du mich nie. Na. Ist so scheiße, ging die gleichen Chats. Okay, okay, okay. Ja, das ist echt kacke. Jetzt da haben wir sie, jetzt haben wir sie! Oh! Boom! Du gehst raus! Du darfst nicht daneben stehen, du darfst nicht neben mir stehen. Du darfst nie neben mir stehen. Passt schon, ich hab froh, ich hätte warten müssen. Eine, zwei Sekunden. Dann hätten wir sie umbrachen. Oh scheiße, ich darf nicht so viele Kinds kriegen, weil da haben wir jetzt echt... Ah, Drake, sehr gut. Wir hatten das so. Ich geh mit zwei Drake, mach du, gell? Das passt auch. Ich trau mich nicht mehr im Jungle, ich trau mich nicht mehr weiter, ich trau mich nirgends wohin, solange die auf meiner Lane ist. Ah fuck, ich hasse diesen Harvey mit dem scheiß Helikopter. Komm mit mit uns. Ja, was? Bleib bei mir. Das ist so ein Schwein. Ja, weil ich will die Top-Lane auch nicht verlieren und Jacks ist irgendwie für eine Lane komplett weg. Das heißt, sie kann ja nicht so schnell da herkommen. Oh Gott, dieser Typ.